Prozent Osterudinis Kleider der ist weg Äh, da, hier kommen wir zu einem netten, neuen Gerät. Äh, ich muss mal eben mich etwas beeilen. Moment. Oh, verdammt, äh. So. Ja, dieses Un-Event, das... Wir können uns hier Sachen herstellen, durch Sachen, die wir aufgesammelt haben. Rechts sehen wir. Wir haben zwei von diesem Kerosin, sechs Patronenhüllen und, äh, fünf Schrauben. Wir könnten jetzt einmal drei Explosivschrot herstellen, aber ich sammle erstmal die Leute, ich sammle erstmal, äh, Gegenstände, die wir hier wirklich überall finden. Also habt ihr ja schon gesehen, dass wir sie so ziemlich überall finden. Okay, da ist ein Ding, da müssen wir nachher mal hin, ganz wichtig. Ich möchte aber erstmal diesen Houdini-Splice, der hier irgendwie wegkamen. Und Daddy. Was haben denn wir denn hier? Fotografier mal denn die Rosie. Ja, das geht, funktioniert perfekt. Und es gibt ein Forschungserhöhser Schaden. Fotografier mal die Sissy. Ja, die Sissy kann man auch fotografieren. Und wir bekommen, kleiner Anstieg der Maximum Gesundheit. Und noch mal den Rosie. Und noch einmal. Und noch mal von vorne, damit ich ein Besseres habe. Und noch mal die Sissy. Hier, wie gesagt, ich bin ein bisschen Fotografier gerade. Na komm, Sissy. So, die gehen nicht mehr. Der geht auch nicht mehr. Dann verbrennen wir den Amker mal. Sehr schön, wir haben ionischer Schroo. Haha, nett, das ist sie. Tu ihm weh, tu ihm weh. Ja, okay. Kontaktmine brauche ich. Wo ist der? Was macht der da? Der soll nicht abhauen. Äh, Moment mal. Und den. So. Na komm, Hochdach. Mit dir, Mr. B. Wow. Böser, Freund. Böser. Verdammt. Komm, ich hasse ihn dafür, dass der so scheiße stark ist. Oh, verdammt. Wow. Damn this shit it, ey. Wow, 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 wow. Beruhig dich mal, Brauner, ey. Verdammt, Kai-Eve. Verdammt, Kai-Eve. Normaler Schrot. Schirr doch. Mann. Mann. Oh Gott. Boah, die Fight sind immer wieder schlimm, Leute. Nein. Doch, du kommst mit mir. Nein. Ich hab da einen komplett kaputten Körper. Schürfungen überall und sonst was. Gib mir ein bisschen Eve. Oh Gott. Mann kann sich wirklich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleine gerettet, obwohl sie deine ganze Grausamkeit hätte es zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Okay, wir kriegen wieder ein Geschenk. Das heißt, wir gehen jetzt noch nicht zu Gabbaskaden. Ich gucke mir erst mal an, was wir bekommen. So, äh, jetzt gehen wir erst mal hier unten lang. Ja, so geht's auch, liebe Leute. So, eine Pistolenkugel, toll. Ja. Ja, das war's doch nicht, oder? Doch. Na, langweilig. Na gut, okay, dann gehen wir in die Richtung. Obwohl ich glaub, da war auch gerade eben, wo der Big Daddy war. Jetzt kommt der Houdini hier wieder, ist klar, Leute. Aber ein weiblichen Houdini, okay. Und wir haben einen Forschungsfortschritt. Und das ist ein neues Tonikum. Und zwar, wenn du stillstehst, wirst du unsicht. Das ist geil. Verdammt, dich braucht dringend neun Ding. Also neun Slot. Also, bei mir hab ich mir total selbstwidrig getan, das ist natürlich richtig geil. Ah, man stimmte es schüttelt. Jetzt muss ich sie ganz dringend töten, ich hab kaum noch verwandt. Ah, das ist meine Puppe. Wo seine Puppe, deine Puppe ist hier, du dumme Kuh. Oh, ich will hören, ich kann mal... Okay, wir gehen hier erstmal nicht lang, hab ich so das Gefühl. Ich glaub, wir gehen doch erstmal oben lang. Ja, ich hab ein bisschen wenig Leben, liebe Leute. Ich bin da etwas, äh, vorsichtig. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ah, da ist auch unser Geschenk. 200 Adams, Safecracker und ionischer Schrot. Ja, verringt die Schwierigkeiten beim Hecken von Safe und Kombo-Schlössern. Werden wir benutzen. So, jetzt haben wir 500 Enden und ja, Körpertonika-Stoft, danke. Äh... Verwandt ist mir leider etwas mehr Gesundheit. Wenn Schicht ist, ist und ich bei erstmal das so... ...in Slot legen. Ja. Noch mal Töpfung, das ist das so. Nämlich... Äh, das ist die Leid. Ah, was war das? Äh, was war das? Äh, ach so, ich muss das hier reinlegen. Jedes Mal, wenn sie etwas Hecken erhalten, sie ein wenig Gesundheit und tief. Ja. Dann... Kann ich nicht noch einen... Okay, Moment, erstmal, äh... Was haben wir denn hier alles? Winterblass Elektrobol 2, ganz wichtig. Elektrobol 2, wird ersetzt, Gedanke. Dann... Verringert alle physischen Schäden werden wir auch tun, ja, werden wir auch tun, machen, sowas machen wir stattdem. Dann ist die Clone Trap, ist ganz lustig, das werde ich aber erst später besorgen, bedeutet, um euch das zu zeigen. Wir holen uns noch ein Eve Upgrade. Ein Kampftonika-Slot. Und dann haben wir noch 60 und die behalten wir auch erstmal. Ich muss jetzt in die Hire, Mr. Bubbles. Jetzt bräuchte ich mal ein... Geh... Ein Automaten, der... Bei dem ich hier umtauschen kann. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Da haben wir einen, einen. Nein, das ist ein U-Invent, verdammt. Oh, wir haben so eine Granaten, sehr schön. Ich bin mit die Granate da unten, denke. Ich brauche ein... Ding, ein... Der macht ist geduldig. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig. Und wir müssen es auch sein. So, liebe Leute, ich muss mal eben hier ein bisschen was Lustiges machen. Und zwar, äh, so, muss, nein, zurück. Das muss da nicht hin. Ein Elektro-Boot muss da rein, so. Und jetzt kommt Abfackeln da rein und Telekinese da rein. Wenn ich das jetzt weg mache, also jetzt auch mal hier, Moment. Medical Expert, oder Sportboost, Sportboost. Ich bin jetzt mal, wenn sie etwas hacken, halten sie mich nicht so. Ich bin jetzt schon nie. Ähm, verleihen etwas mehr Gesundheit. Verdammt, danke, Jungs. Ja, gut. Dann hier haben wir auch noch einen Runch-Locker, oder? Ja. Sehr schön, so. Und ich hoffe, dass ich jetzt, ja, eins, zwei, drei, perfekt. Jetzt habe ich die, die... Ich hatte Elektro-Boot gerade auf F3 und das kann ich mir nicht antun. Okay, und unsere Hand sieht etwas anders aus jetzt. Aber gut. Okay, los geht's, weiter geht's. Ich hätte den Big Daddy auch eben mit Splittergranaten bearbeiten können, fällt nur wieder auf. Aber gut, egal. Wir werden mal eben diese Kamera hier ausleiten. So, Kamera ist Schrott.